Freunde der ruhigen und entspannten Klemmbauschnitterhaltung, hier ist der Tom und ich begrüße euch den neuen Brick Anatomy Vlog. Ich wollte mich zuerst bei euch bedanken für die positive Rückmeldung auf das erste Vlog. Hat mich sehr gefreut, dass dieses erste Video an so großes Interesse gestoßen ist. Ich denke dann knüpfe ich direkt an das vorherige an und wir bauen weiter am Mojo Blog Holiday Inn, das ich ja zu einem sehr guten Kurs bei der Klemme hier in Wien gekauft habe. Ihr seht der Bau ist inzwischen weiter gegangen. Das an Südfrankreich, Spanien oder Italien inspirierende Set geht jetzt schön in die Höhe und bekommt auch mehr Gestalt. Der Bau macht weiterhin super viel Spaß. Go Bricks Teil sei Dank. Die Farben sind deutlich angenehmer als auf der Verpackung. Hatte ich ja schon im vorigen Video gesagt. Okay das Lila in Verbindung mit Orange ist etwas wild in Kombination, aber man kann sich daran gewöhnen. Der Einsatz von olivgrünen Farbe hier oder irre ich mich hier, diese etwas hellere grüne Farbe gefällt mir doch besser und besser an diesem Set. Einzig der Bau der einzelnen Tentfliesen an den Seiten ist einer der langweiligsten und fast nervigsten Schritte dieses Sets. Zudem finde ich etwas schade, dass man alles in Blöcken baut, abseits vom Set. Ja also nicht, dass man Stein auf Stein baut, wie man das so von Modulas kennt und anderen Sets. Man kann das mögen aber auch nicht. Ich bin jetzt nicht der große Fan davon. Aber sonst gefällt mir das Set sehr sehr gut. Auch von der Form bisher, auch vom Bau und natürlich von den Steinen. Gesehen vom Preis her war das wirklich ein sehr sehr guter Deal. Ja und ich werde dann euch berichten, wenn das Set fertig ist. Ich bin ja kein so ein großer Lego Bauer in der letzten Zeit. Vor allem weil mir die Sets nicht so ansprechen, die es aktuell gibt. Und auch weil die Preise doch sehr sehr hoch sind für bestimmte Sets. Es gibt aber so Ausreißer, die mir doch sehr sehr gut gefallen. Eines davon ist hier die 3124, der kleine Roboter von Lego Creator 3 in 1. Und der gefällt mir besonders, weil er zurückgeht, was Lego früher war. Und die Einfachheit, aber auch die Verspielbarkeit. Ich finde das, wie der Roboter ausschaut, gefällt mir wirklich sehr sehr gut. Er erinnert mich doch auch sehr stark an meine Zeit, als ich die Power Rangers oder den Megazords geschaut habe. Das erinnert mich sehr an die ganze Zeit. Und es ist ein wirklich schönes Spielset. Es sind keine großartige Techniken zum Bauen. Aber für Kinder ist das wirklich ein sehr sehr schönes Erlebnis. Und vor allem der Preis ist hier auch wirklich sehr sehr gerecht. Das Teil bekommt man immer wieder für 6-7 Euro, glaube ich jetzt auch bei Amazon. Und der ist ein kleiner Roboter, aber ich finde der macht sehr viel aus. Oder wie er ausschaut und was er bietet. Und es ist ein 3 in 1 Set. Hier gibt es auch diese schöne kleine Verpackung dazu. Ich finde die auch sehr sehr gelungen hier. Es ist ein 3 in 1 Set. Es gibt hier noch einen Greifvogel und ein Flugzeug. Und was an diesem Set auch sehr schön zu sehen ist, die Leute haben noch sehr viel Spaß daran, das Set neu zu bauen. Dazu gibt es eine Unmenge an alternativen Sets oder alternativen Bauanleitungen, wo man andere Roboter daraus bauen kann. Oder auch Flugzeuge und so weiter. Da gibt es eine Unmenge. Also für 6-7 Euro kann man sich hier wirklich lange lange beschäftigen. Und ich finde diesen kleinen Roboter hier wirklich sehr sehr sympathisch. Die Kinder können damit super spielen. Er ist beweglich. Alle sieht hier so kleine Gelenke gibt es hier da. Überall gibt es hier so Gelenke zum rumspielen. Also super. Also ein Highlight. Ich finde das Set wird sehr unterbewertet in der Lego Community. Aber mir gefällt das Set sehr 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 gut. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren sagen, was ihr von diesem Set haltet. Also für mich definitiv einen Daumen nach oben. Dann bin ich schon am Ende des Mojo Block Holiday Inn Sets. Ich bin jetzt in der Bauzeit darauf gestoßen, dass das Mojo Block Sushi Set, was ich ja auch noch habe, ein geklauter Mock ist. Und auch von G-Star und anderen Herstellern angeboten wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das Holiday Inn auch ein gemobster Mock ist. Dafür kann ich euch jetzt nicht garantieren, ob das jetzt ein originales oder ein geklautes Mock ist. Nichtsdestotrotz gefällt mir das Set sehr gut. Die ganze Säulenkonstruktion finde ich hier wirklich sehr ansprechend. Vorne, wo das runde Teil ist, soll da auch noch ein Sticker drauf sein. Den habe ich aber weggelassen. Das soll eine Uhr sein. Das finde ich hier schade, dass hier kein Druck drauf ist. Besonders schön finde ich hier die Seite mit den kleinen Fenstern. Das ist sehr schön umgesetzt und hat wirklich diesen klassischen mit der rheinischen Look, wenn ihr in den Urlaub fahrt und fahrt und so weiter. Von innen ist das Set leider sehr 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 unspannend. Hier wurde gar nichts gebaut. Hier erinnert es stark an ein Set von Wange. Sehr schade. Schön finde ich hingegen auch wieder mal den Gang. Der ist auch sehr schön im Durchschauen. Das erinnert stark, wenn man wirklich im Urlaub ist und dann in den alten Städten ist. Das finde ich wirklich sehr schön. Ja, die lila Wand ist wirklich sehr speziell und man muss sich wirklich daran gewöhnen. Und die Wand oder die Fassade davon war eine leichte Tortur, da man die einzelnen Fliesen alle befestigen muss. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon bemerkt, die verrutschen hier sehr sehr gerne, da sie nur einer Noppe befestigt sind. Das ist schon etwas kompliziert, nicht kompliziert, aber ein bisschen nervend. Dann die andere Seite erstrahlt im wunderschönen Lila auch. Ja, sehr sehr speziell. Aber die Blumenelemente hier geben einen schönen Kontrast und machen das Ganze doch schöner zum Anschauen. Von dieser Seite sieht man auch das schöne Dach, was aus Orangen und hellbraunen Slopes besteht. Auch anfangs sehr speziell, finde ich, von der Kombination von den Farben. Aber man kann es doch nach einiger Zeit, passt es doch wirklich in das ganze Haus. Und es war aber ein sehr langatmiger Bau, da es immer wieder das gleiche ist. Aber schlussendlich sieht es doch sehr gelungen aus. Genauso gelungen finde ich den kleinen Türmchen in der Hinterseite mit dem kleinen Dach. Das finde ich sehr sehr schön umgesetzt. Ja, das ist also das Mojo Block Holiday Inn. Auf der Packung ein sehr schwieriges Set von den Farben her. In Realität aber deutlich angenehmer und weniger Augenkrebs. Ich finde es gelungen, die Bauanleitung war top und auch die Steine Qualität hat hier überzeugt. Natürlich, das war Go Bricks. Oh je. Und ich dachte, ich hätte einen großen Deal gemacht hier in Wien bei Interspar letztes Jahr, als ich den Mega Construct Tesla Cybertruck für 100 Euro gekauft habe. Nein, da war ich wohl etwas zu schnell, weil der Preis ist schon wieder mal gejobbt. Aktuell in Deutschland kostet das Set 82,99 Euro. Eigentlich ein sehr sehr guter Preis für 3.283 Teile. Amazon Italien zeigt, dass es noch tiefer geht. Die bieten aktuell, also Stand Donnerstag Abend oder Freitag Morgen den Tesla Cybertruck von Mega für 56,74 Euro. Plus 9 Euro Versand oder 9,53 Euro. Das macht dann roundabout 65 Euro oder 66 Euro. Ja, das ist wirklich ein Schleuderpreis für 3.283 Teile. Absolut verrückt. Und hier wird es sogar von Amazon verkauft und auch versendet. In Deutschland ist noch ein Händler dazwischen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist kein schönes Set, aber für den Preis ist es jetzt ein Must-Have für jeden, der Autos mag. Weil wo bekommt man für 66 Euro 3.283 Teile? Das ist schon verrückt und ihr könnt gerne auch mein Video anschauen von meinem Unboxing. Da ist eine riesen Anleitung dabei und die Box ist super wertig. Also wenn der Preis auch so droppt in Deutschland, weiß ich jetzt nicht, aber das kann dann wirklich ein ganz großer Deal sein. Obwohl das Set oder das Auto selbst potthässlich ist. Dann sind mir beim Scrollen auch noch zwei neue Fun World Sets aufgefallen. Ich bin jetzt hier bei Amazon.de. Die bekommen man natürlich auch bei Bavir und Bluebricks und so weiter. Und der Vorteil denn nur bei Amazon.de ist natürlich der schnelle Versand. Und dass Fun World selbst hier verkauft und konstant Rabatte auf ihren Sets gibt. Und das erste neue Set, was jetzt glaube ich diese Woche dazugekommen ist, ist der mittelalterliche Markt. Mit 2614 Teilen für 151,25. Ich bin mir sicher, der Preis wird noch runter gehen. Da bekommt man natürlich auch noch Rabatte. Ja, wie immer so zwischen 10 und 20%. Dann landet man später wahrscheinlich bei 120, 115 und dann Black Friday vielleicht 109. Ja, und schauen wir uns mal das Set hier an. Das gefällt mir von den Proportionen eigentlich ganz gut. Es ist ganz schön designt. Ich hoffe, die Farben sind nicht so grell in der Realität. Weil es ist vielleicht etwas zu grell. Hier ist es wahrscheinlich ein Render. Und ja, es gibt auch die typischen Fun World Figuren dazu. Die gefällt mir jetzt nicht, weil die sind mir etwas zu klobig. Aber muss man gerne haben. Das ist ja eine Geschmackssache. Man sieht auch, das ist überall hier schön beleuchtet. Man kann auch hier die Rückseite aufmachen. Das finde ich auch ganz spannend. Vor allem zum Spielen. Man sieht auch, da wird etwas gemacht. Es gibt einen Ofen und so weiter. Also sehr interessant. Und hier sieht man auch das Set mit den Lampen an und aus. Es ist komplett beleuchtet. Und hier auch mal die Figuren. Ja, keine Prinzessin, aber eine Frau, die wahrscheinlich etwas verkauft. Ist das jetzt Indiana Jones? Hat der sich im Mittelalter verlaufen? Wäre interessant. Aber der sieht sehr, sehr nach Indiana Jones aus. Oder der Indiana Jones Mittelalter Version. Wer weiß. Und hier sieht man nochmal, das Gebäude ist klein. Kann man auch öffnen und hinten öffnen. Und dann auch das Dach. Das finde ich auch sehr interessant hier. Ja, ein sehr spannendes Set. Ich bin gespannt, wie das dann in real ist und wie der Preis sich da entwickelt. Hier ist der Tom aus der Zukunft. Es gibt bereits eine Preisentwicklung auf dem Fun World mittelalterischen Markt. Aktuell gibt es einen 10% Coupon, den man anwenden kann. Und so bekommt man das Set für um die 135, 136 Euro. Aber ich denke, das Set wird auch noch in Zukunft noch günstiger werden. Und das zweite Set ist ein Set, womit ich jetzt nicht unbedingt viel anfangen kann. Weil das ist jetzt nicht mein Themengebiet. Aber das ist ein Farm Truck. So ein Retro Bauernhof LKW wird er auch genannt. Mit 499 Teilen für 37,30. Und ihr seht ja schon hier 10% Rabatt. Eigentlich ein sehr schöner Wagen hier. Mir gefällt die Farbe hier. Das passt sehr gut. Auch, dass man sehr, sehr viel Zubehör bekommt. Mit Obstsorten und so weiter. Und hier gibt es auch noch so eine Antenne oder so ein Funkmast. Zwei Figuren. Ja, wieder mal, mir gefallen sie nicht. Aber das ist ja Geschmackssache. Dann gibt es, ach, das ist doch so ein Model, was wir von Lego kennen. Hat sich jetzt Fun World mit der gleichen Marketingfirma beschäftigt. Weil die, das könnte ja auch ein Foto sein von Lego. Dann sehen wir auch hier, das hat mal auch mit Lampe, ohne Lampe. Das ist hier beleuchtet. Das finde ich auch sehr cool. Ja, dann wieder mal paar Details und so. Und vorne ist hier auch beleuchtet. Das finde ich auch cool. Ja, ich glaube für Leute, die gerne Autos haben, könnte das wirklich sehr, sehr spannend sein. Und mit dem Rabatt wäre man dann bei 33, 34 Euro. Was ja für 500 Teile dann auch eigentlich ein sehr guter Preis ist. Ja, zwei spannende neue Sets von Fun World. Hier ist nochmal der Tom aus der Zukunft. Ja, ich bin gerne in der Zukunft. Der Preis, den ich ja vorhin jetzt gesagt habe von 37, stimmt aktuell nicht mehr. Der ist aktuell bei 33, 56 und darauf kann man nochmals ein 10% Coupon anwenden. Und so bekommt man das Set jetzt für um die 30 Euro oder sogar weniger. Ja, das sind ja schon mal sofort 20% weniger. Und ich bin gerade dabei schon das nächste Set zu bauen. Ein kleines Mini Bricks Set, was ich mir ja bei Temo gekauft habe. So ein kleines Apartment hier, wo ich nochmal nicht weiß, wer der richtige Hersteller ist. Aber bisher ist es wirklich ein ganz angenehmer Bau. Nur die Bauanleitung ist etwas riesig für diese Mini Bricks. Aber man sieht, man bekommt doch sehr viel an Mini Bricks hier. Ja, ich glaube, wir belasten es dann für dieses Mal bei diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Und lasst mich vielleicht in den Kommentaren wissen, ob ihr weitere Vlogs gerne sehen möchtet. Ich würde mich sehr freuen über eueres Feedback. Und nicht vergessen, ein Like und ein Abo würde mich sehr freuen. Und dann, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.